Heinrich Eduard Bolzenthal war ein deutscher Numismatiker. Leben Der Sohn eines Pfarrers studierte von 1815 bis 1819 in Halle Staatswissenschaft, Geschichte und Philosophie. Nach dem Studium hielt er sich kurz in Berlin auf und folgte dann der Einladung des Generals Ernst von Rüchel auf sein Gut Haseleu in Pommern. Hier setzte Bolzenthal seine Studien einige Jahre fort. Nach seiner Rückkehr nach Berlin beteiligte er sich auf Empfehlung von Friedrich Wilken und Johann Wilhelm Süvern an der Planung der Königlichen Museen und war 1835 bis 1868 Direktor der Münz- und Medaillensammlung. Bolzenthal veröffentlichte mehrere Werke über die historische Münzprägung der frühen Neuzeit, zu denen ihn besonders Friedrich Buchholz angeregt hatte. Eines seiner bekanntesten Werke sind die Skizzen zur Kunstgeschichte der modernen Medaillenarbeit. Für seine Verdienste erhielt er anlässlich seiner Pensionierung 1868 den Roten Adlerorden dritter Klasse mit Schleife. Medaillenporträt Bronzeguss einseitig ohne Jahr 72 mm Medailleur Friedrich Wilhelm Kullrich Vorderseite H. B. O. L. Z. T. N. T. H. A. L. und L. T. und G. T. Unbekleidete Büste nach rechts Literatur Wolfgang Steguweit in Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst Band 6 1997 Seite 121 No Kotti N. D. Sieg